Oh! Hat er jetzt immer noch Angst? Und wann? Die Stachel macht sie auch weg, die Monster. Hast du es gesehen? Oh nein, ich bin zu wissen. Jetzt haben wir noch ein, Außen. Ein Tiny. Jetzt schon so. So, nächste Tür ist offen. Oh, was ist das hier? Was geht? Meine Gegend. Oh, jetzt sind sie immer unter Feuer. Hey! Schade, fangen wir noch mal von vorne an. Ich glaube, der Ruhmkapitän... Da wusste ich nicht mehr. Wir haben es bis zum Raum 16 geschafft. Mal gucken, ob das... Wir haben drei Herzen. Drei Herzen? Ein Herz. Und wie viele Herzen haben wir jetzt? Immer noch drei. Ich hätte das vielleicht nicht zu gucken. Redford ist nicht mehr da. Redford ist nicht mehr da. Ich hab doch gedacht, der wäre aber noch... Aber ja. Einstellungen... Connect. Wo ist der denn? Ja? Muss ich jetzt mal ein Neues probieren? Papa, die Kopfhörer stören mich. Soll ich sie übernehmen? Ja. Bitte. Okay. So, jetzt ist das Chatbot aktiviert. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, er ist connected. So. Das zur Seite. Chatbot ist jetzt da. Ich bin ein Überraschungsein. Nachher. So, jetzt hüpfen wir erstmal weiter. Guck mal hier. Wir haben einen Boomerang nochmal bekommen. Oh. Was ist denn? Guck mal. Jetzt haben wir einen Flummiball. Ein Flummiball. Wer hat dafür gewählt? Schauen wir doch mal bitte. Bumpy? Bumpy? Chat noch da? Hm. Ich glaube, das war nur die eine einzige. Haha. Du hast einen Flummiball. Na, das Männchen ist jetzt ein Flummiball. Schau mal. Es ist denn? Was siehst du da wieder hüpfen die ganze Zeit? Ein Gummiball. Wie ein Gummiball. Hopp. So, den haben wir. Das ist ja knapp. Wie gut. Speedabel. Damit es besser mit Votes geht. Alles klar. Ist richtig. Funktioniert. So. Oh. Hast du gesehen? Der Boomerang. Das ist natürlich cool. Was da so geht. Geile Sache. Geil Omaat. So. Da haben wir die Fledermaus auch noch weg. So. Wir haben nur den... Ich glaube, der Schock ist, dass der Einziger zuschaut. Du hast schneller. Du hast schneller. Double, double, double. Tiny Peek. So. Kein Ruhmkapitän. Haben wir. Schade. Obwohl Schocks getippt hat, dass er das machen möchte. Also wer hat denn hier den Pogo-Style gewählt wieder mal. Aber der Boomerang ist schon tatsächlich keine schlechte Waffe. Muss man sagen. Wenn man das damit ein bisschen auskennt, ne. Die sind aber hässlich. So. Wenn wir nachher mal bei einem Gegner durchkommen, zu einem Endgegner, dann sind das ganz hässliche Monster. So. Wir haben kleinere Gegner jetzt. Kleinere Gegner? Das sind also dann diese da. Aber die sind halt... Die hüpfen halt natürlich. Hier, guck mal. Die hüpfen hier einfach so hoch. War das die Miezi? Warst du das? Nee. Du hast ja den Kopf nicht. Speed. 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 Ich schlafe nicht so genau. Ich muss tatsächlich in Zukunft einfach die Livestreams bei YouTube ankündigen, damit es ja Leute sehen. Das ist wirklich so. Aber es gibt, ich glaube die wenigsten, die das... Ich schlafe nicht so genau. Ich glaube, von denen, die das bei YouTube sehen, kommen eh die wenigsten dann dazu. Das ist jetzt wirklich das alles, die bei Twitter das gesehen haben. Oder Facebook. Was los, Julian? Was hast du denn gemacht? Was war denn das? Ich hab doch was gehört. Ich hab ein Miau gehört. So, jetzt gucken wir mal hier. Du machst das nicht. So, jetzt greifen wir schneller an und... Die Räume sind kleiner. Aber ab zu schneller angreifen hier, was klingt. beim Bogen. So, haben wir das... Und jetzt noch die da. So langsam geht's hier mit dem... Ich... Das ist ja cool. Mit den ganz kleinen Räumen kann man ja sogar super leben. Das ist ja einfach frei hier. Jetzt kommt als nächstes Eis. So, jetzt haben wir hier... Müssen wir mal gucken. Wir haben nur vier... Ja, und wir haben nur 34 Taler. Also brauchen wir nichts kaufen. Wieso hab ich eigentlich noch kein Geld? Wo ist das ganze Geld hin? Ja, und hopp. Laufen wir mal hier durch. So, jetzt haben wir... Schocks ist jetzt Ruhmkapitän. Und wir haben den Eis-Modus. Jetzt wird's nämlich gleich glatt. Pass auf. So, jetzt müssen wir... Jetzt werden Bomben geworfen. Jetzt muss der... Jetzt muss... Diese Schocks wirft Bomben jetzt. Siehst du das? Jetzt muss ich aufpassen, dass es nicht drunter lauft unter ne Bombe. Und was passiert dann? Ach, Mann. Das nervt. Ja, wir müssen mal gucken. Von wo? Da! Ja, das... Da! 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 Das Problem ist halt, dass wir... Weil wir nur wirklich einen... ... einzigen Zuschauer haben. Da! 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 Wo, wo? Links, rechts? Da! 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 Rechts! Rechts! Oh, jetzt bin ich auch noch drauf gesprungen auf die Bombe. Und gleich nochmal. Super! Hier unter die Bombe! Jetzt habe ich doch Glück gehabt, nicht? So, jetzt raus schnell! Hier raus! Jetzt sind wir stärker geworden. Jetzt haben wir kleinere Gegner. Jetzt haben wir eisige Fußböden. Und wir haben drei Herzen bekommen. Na bitte! Das ist doch super! Ach! Oh! Jetzt kommt mal ein Schnee! Was bedeutet das? Oh! Das ist doch nicht wahr hier! Da! Da müssen die hier da reinfallen? Nee! Da müssen die Gegner reinfallen! Ich weiß nicht wie ich das machen soll! Oh! Da lebt auch noch! Oh! Oh! Junge! 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 Hoppala! Du bist schnell raus hier! Hier geht das jetzt erstmal kein Feuer! Na! Ein Herz ist weg! Ja! Da müssen wir gucken, dass wir irgendwie an den Hatz kommen! Ach guck mal! Da kommt ein Geschenk! Siehst du? Schox hat mir ein Geschenk gemacht! Und ein goldenes Herz ist da drin! Das müssen wir nur kriegen! Jetzt haben wir wieder eins! Dieses blöde Pogo springen! Es ist Wahnsinn! Es ist immer... Es läuft immer aufs gleiche hinaus! So! Drücke springen gedrückt! Ja! So! Haben wir das! Stimmt schon! So! Räume sind... Gehen nur nach unten! Und trotzdem müssen wir ja springen! Hoppala! Welche Viermause sind? Ja! Die treffen wir anders nicht! Irgendwas wird hier immer mal laut, hab ich das Gefühl! So! Die haben wir! Hopp! Und hopp! Na! Hopp! Das war krass! So! Jetzt holen wir uns das Geld! Ich muss immer mal ein bisschen wackeln hier! Ja! Die Twitch App! Da muss ich dafür sorgen, dass dann das Display nicht ausgeht, wenn ich Twitch an habe! So! Die Räume sind jetzt klein! Also winzig wäre das sogar schon! Wir sind Raum 3... Raum 13! Oh nein! Ich bin selbst ins eigene Loch gefallen da! Warum machst du immer Eiswürfel? Oh nein! Das ist meine Magie! Das ist meine Magie! Wieso? Das wird ja immer was! So! Ah! Ein Geschaff! Geschafft! So! Mal gucken was da drin ist! Ein Herz! Bin ich froh! Ein Feuerherz! Da bin ich aber froh! Das war mein Feuerherz! Atom-Boomer! Was ist ein Atom-Boomer? Ach! Dankeschön! Das ist ja das allerbeste am Start! Ich habe mich jetzt so schön dran gewinnen! Was stand da? Ich habe jetzt einen Doppelsprung bekommen! Ein Doppelsprung! Ein Doppelsprung! Aber wenn du Eiswürfel machst! Und dir Monster einschwerst! Da kommen die immer schneller gelaufen! Du hast recht! Oh! Es wird immer mehr hier! Hilfe Polizei! Das! Ein Geschenk! Ein Geld ist drin! Wir müssen das schnell machen! Weil sonst die Monster uns das Geld nicht haben! Das dürfte auch noch nicht passieren! So! Noch ein Herz! Das klappt heute gut mit den Herzen! So! Super! Atom-Boomerang weil das Bild wackelt! Aha! So! Hallo! Always tired! Ach! Let's Player! Was ist das? Willkommen! Na hier im Chat habe ich gerade gesehen, dass da ein... Da steht, dass die Räume jetzt pitted sind! Ich weiß nicht genau was das heißt! Und... Wir jetzt Husky Enemies haben! Ich glaube das sind die... Ach! Sind das große? Ich weiß es gar nicht! Das war natürlich zu dumm! Hast du Glück gehabt oder Pech? Glück gehabt! Oh! Mehl gehabt habe ich jetzt! Im Herz! Super! Jetzt klettern wir mal über die Brücke! Hüpfen wir mal rüber! Jetzt ist das wieder ausgegangen! Ich glaube es ja nicht! Ich glaube es nicht! Mein Chat geht immer aus! Und dann ist nämlich auch die Verbindung weg! Das ist ja voll assi! So! Willkommen im Chat! Ach! Alter... Das, das doch dann! Hilfe, Polizei! Ja, Hilfe, Polizei! Puh! Das wird aber mehr, um wie schnell das geht, ne? Eis ist schon gut, weil Eis, Gegner einzufrieren ist schon eine ganz coole Sache. Die kommen aber schneller, wenn du Eis wirst immer. Die kommen immer schneller, weil die Level immer schwerer werden. Die kommen aber auch schneller, wenn du Eis wirst. Dann kommen die hochgerübt, dann wirst du fast aufgeschlagen. Schau mal, was jetzt am Geschenk drin ist. Eine Bombe bestimmt. Nein, noch ein Herz. Das ist super. Jetzt habe ich drei Feuerherzen. Das ist schon mal richtig gut. Ach ne, zwei. Na gut, wie auch immer. So, jetzt fällt das ganze Geld natürlich nach unten. Nein, ich habe es.